Zoom enthält eine integrierte Whiteboard-Funktion. Um diese zu nutzen, klicken Sie hier und legen dann entweder ein neues Whiteboard an oder wählen ein bestehendes aus. Wählen Sie hier noch aus, ob die anderen Teilnehmer das Whiteboard nur anschauen oder mitbearbeiten dürfen. Klicken Sie anschließend hier, um zu starten. Sie haben nun über die Auswahl links verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Sie können zeichnen mit einem Stift. Die Elemente verschieben, mit der Leertaste ausgewählte Objekte löschen, Änderungen rückgängig machen, Notizblätter in unterschiedlichen Farben einfügen und diese mit einem Doppelklick beschriften. Mit dem Radiergummi können Sie Elemente löschen und auch Formen lassen sich einfügen. Hier können Sie sich das Projekt als Bilddatei oder als PDF ausgeben lassen. Um das Whiteboard zu schließen, klicken Sie hier. Einfachen Aufdruck, tiefern Sie zu schließen, klicken Sie hier. Untertitelung im Auftrag, stark für funk, stark für funk, und die Bedürfnisse. Untertitelung des ZDF, 2020